Good morning, in the morning. Ich bin's die verrückte Ente und wir sind zurück zum neunten Let's Play. Ich bin ein bisschen verschlafen. Es ist einen Tag später, nach dem Update. Also das heißt, ja, wir haben uns alle vielleicht ein bisschen beruhigt. Haben wir uns schon alle ein bisschen damit abgefunden? Oder auch nicht. Oder auch nicht. Also, das letzte Video, krass angekommen. Danke für euren Support. Danke für die schönen, vielen, vielen Nachrichten. Also haben wirklich manche Leute richtig viel geschrieben. Die haben auch richtig gute Ideen gehabt für ein Update. Noch viel, nein, nicht viel besser als ich, aber auch richtig gute, wo ich sage, wow. Auch die Leute, die hier die Videos gucken, haben teilweise so gute Ideen für Updates. Updates, die sollten besser irgendwie bei Hayday arbeiten. Das ist wirklich so. Also, was haben wir denn da zum Beispiel gehabt? Zum Beispiel, Stadtlevel. Man sagte, man levelt ja hier die Stadt, Level 24. Und es ist total belanglos. Man kriegt ja gar nichts mehr. Das interessiert überhaupt nicht, ob du... Also derjenige, der geschrieben hat, der ist Level 66. Ja, ja, habt ihr richtig gehört. Level 66. Und ja, das ist ja Jacke wie Hose, ob ich jetzt 24 bin oder 66. Denn damit hast du einfach gar nichts. Und das ist auch ein bisschen schade. Moment. Ich musste niesen, aber ich habe auf Pause gemacht. Damit ihr nicht wieder mich rumniesen hört. So. Ich schicke mal eben die Leute weg. Und bereite mal eben die nächste Aufgabe vor. Das hier. Also, es stört mich wirklich. Dann haben viele geschrieben. Oh ja. Oh, hier sieht man es sehr gut. Hier sieht man es sehr gut. Es ist für Kinder gemacht. Das Layout. Guckt mal jetzt unten links. Die Lok. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Das sieht so kindisch aus. Unten diese Lok. Das ist... Ja, es ist für Kinder gemacht. Und da frage ich mich, warum? Also ich glaube, bezahlen tun es eher die Erwachsenenspieler. Und ich weiß, viele Erwachsenen tummeln sich bei mir. Bei meinem Kollegen. Ex-Kollegen. Also früher, als ich Partner war quasi. Da sind halt ultra viele junge Leute. Aber die zahlen nicht wirklich was. So, ich muss sagen. Also ich habe zum Beispiel auch schon. Keine Ahnung. 500, 600, 700. Vielleicht habe ich auch 1000 Euro hier schon ausgegeben. Und das machen viele Erwachsenen. Ja. Also sollte man das Spiel vielleicht erwachsen lassen. Es sieht wirklich sehr, sehr kindisch aus. Ich hoffe nicht, dass es wie bei Township wird. Dass die Farben noch höher skaliert werden. Die Rundungen noch mehr rund. Das alles... Also bei Township haben sie ja alles verändert. Und das war wirklich eine riesen Katastrophe. Wobei... Das ist alles schon bunter, ne? Guckt mal. Das glänzt ja jetzt da oben, ne? War das schon? Das müsste ich mal in alten Let's Plays gucken. Ich glaube, das haben sie schon hoch skaliert. Ah, Hilfe. Wie so eine Speckschwarte. Ja. Ist das gut? Wollen wir das? Nein. Übrigens ist noch etwas passiert. Oh mein Gott. Und ich darf es euch nicht sagen, weil... Ich sonst direkt wieder gelöscht werde. Wie damals. Ich darf es euch nicht sagen. Es gibt einen Riesen-Bug. Einen Riesen-Riesen. Also... Den haben sie auch noch nicht weggemacht. Ich weiß nicht, ob die das noch nicht wissen. Ich habe dem Robin auf jeden Fall schon Bescheid gesagt. Dass es den gibt. Aber ich glaube, er hat die Nachricht noch nicht abgehört. Also es gibt einen Riesen-Bug. Ich kann euch nur nicht sagen, wie. Ich kann euch nur sagen, man kann Tools farmen ohne Ende. Einfach so. Einfach so. Äh. Das ist wirklich... Also es ist... Die bringen immer Fehler raus. Es ist wirklich zum Schießen. Es ist zum Schießen. Ähm. Keine Ahnung. Wenn es jemand in die Kommentare schreibt, dagegen bin ich ja machtlos. Also wenn ihr euch das in den Kommentaren da selber irgendwie... Keine Ahnung. Kann ich ja nichts für. Ich kann es euch in einem Video nicht sagen und auch nicht zeigen. Ist einfach so. Sonst wird mein Video wieder gelöscht. Löschen meinen Kanal. Wie sie es damals gemacht haben. Da muss ich echt aufpassen. Deswegen kann ich es euch nicht sagen. Kann es euch nicht sagen. So, wir gucken jetzt mal, was ich hier heute kriege. Bitte eine Deko. Nein. Nein. Äh. Was ist jetzt passiert? Zweimal und weg. Äh. Es ist wirklich Danke für dieses Update. Danke. Vier Mal habe ich immer und ich habe voll oft Deko und jetzt... Ey. Es ist einfach... Warte mal. Ich muss mal jetzt den Angelbereich wieder zurück. Nö. Ist auch nicht mehr da. Ey. Das ist... Ah. 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 Den Zaun. Schön. Ja. Einen. Einen pinken Zaun. Komm. Wir drehen noch einmal. Ach. Ey. Das ist wirklich... Das tut schon weh. Es tut so weh. Ich habe... Ich wusste es. Und vor allem hier oben. Das Brief und das andere. Warum muss das so... Das sticht richtig ins... Ins Spiel rein. Ja. Das sticht ins Spiel rein. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Das sieht nicht schön aus. So. Einmal Zaun. Bringt mir nichts. So. Ja. Was gibt es noch Neues? Wir haben hier... Tools. Wenn wir das wegbringen. Ja. Haben wir. Aber haben wir ja nicht. Also ich habe die Sache nicht. Deswegen kann ich das löschen. Es ist wirklich zum Schießen. Zum Schießen komisch. Ja. Also die Meinung von euch ist schon sehr, sehr eindeutig gewesen. Oh nein. Das habe ich doch gar nicht. Die ist sehr eindeutig gewesen. Also eigentlich sehen es fast... Fast alle so wie ich. Ja. Das ist schon sehr eindeutig. Und ich verstehe euch voll. Weil ich sehe es ja auch so. Also es gab viele, viele coole Ideen. Auch zum Beispiel Bienen. Man könnte ja noch ein paar Bienen machen. Ähm. Fische. Da hat jemand geschrieben auch... Ähm. Wir angeln so viele verschiedene Fische. Aber wenn wir dann ein Produkt machen. Ist es immer derselbe Fisch. Da könnte man vielleicht wirklich irgendwas machen. Und mein Favorit. Halt mein Leuchtturm. Macht mein Leuchtturm hier hin. Ja. Meinen schönen Leuchtturm. Was war noch? Also es gab ein paar gute Ideen. Wirklich. Dann haben welche geschrieben. Sie wollen lieber eine zweite Molkerei. Und da sage ich. Nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Keine zweite Molkerei. Dann macht lieber. Die Produkte. Der Molkerei. Doppelt so schnell. Oder. Doppelte Anzahl an Plätzen. Aber bitte nicht. Guck mal. Also hier zum Beispiel. Beim Ofen. Jetzt durch das. Äh. Äh. Durch den Farmpass. Hast du ja unten nochmal vier Plätze mehr. Das würde ja vielleicht auch schon mal reichen. Wenn man vier oder fünf Plätze mehr macht. Man könnte ja. Guck mal. Da sind ja oben fünf. Dann vier, vier. Aber man könnte ja fünf, fünf, fünf machen. Dann hat man schon mal 15 Platz. Und das bei der Molkerei. Ja. Könnte man doch machen. Dass du dann 15 Mal Sahne machst. Dann gab es einige, die das auch schlimm finden mit diesem hier. Dass das so stehen bleibt. Ich auch. Weil normalerweise ich klicke drauf. Zum gucken. Und dann will. Ja. Und dann gehe ich da rüber. Aber ich will nicht. Ich wollte nur gucken, wie viel ich davon habe. Dann sollen sie die Zahl, die man hat in der Scheune, in klein, unten an die Ecke. Warte mal. Ich male euch das jetzt dahin. Hier. 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 Und hier. Da einfach jeweils immer die Zahl, die man davon hat, hinschreiben. Dann würde mich das gar nicht stören. Dann würde mich das nicht stören. Dann können sie. Sollen sie doch machen. Egal. Das ging auch. Könnte man machen. Muss man nicht. Kann man aber. So. Das. Weil Milchprodukte werden auch immer mehr benötigt. Ist ja leider so. Aber noch mehr Maschinen. Und noch mehr. Und noch mehr. Und noch mehr. Bitte. Bitte nicht. Ja. Dann gab es natürlich auch jemanden. Es gab glaube ich ein oder zwei Leute, die tatsächlich das Update zum größten Teil sogar gut finden. Die sich auch über die Maschinen freuen. Das ist krass. Also das Video haben ich glaube 1000 Leute gesehen. Oder 1100. Und zwei Leute haben auf jeden Fall geschrieben. Freuen sich über die Maschine eigentlich. Weil die auch schön ist. Ja schön ist die. Kann man nichts sagen. Ja die ist schön. Aber. Ja überflüssig. Überflüssig in meinen Augen. So. Habe ich immer noch nicht hier. Ähm. Ja. Ja. So ein bisschen. So ein bisschen überflüssig ist die schon. So. Ich muss mal eben hier gucken. Wieso kriege ich hier denn nichts? Ja toll. Das habe ich auch nicht. Komm. Dann soll jemand anderes das wenigstens kriegen. So. Ich habe da bestimmt voll viele Ärzte noch. Vom Derby. Nein. Wow. Drei. Ah jetzt. Bleibt das da hängen. Oh das ist schon störend. Ja ja doch. Das hat doch einer geschrieben. Dass das stört. Das ist wirklich störend. Das müssen die doch gespielt haben. Also die haben doch dieses komische. Wo die alles schon testen können. Und da muss das doch gestört haben. Da muss doch einer gesagt haben. Ja also. So wie ich sonst immer spiele. Stört das eigentlich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dass irgendeiner irgendwo geschrieben hat. Boah wäre das cool. Wenn man da drauf tippt. Und das bleibt dann so. Der soll das schreiben. Das macht keiner. Wo holen die sich diese Ideen her? Da muss ja irgendeiner gedacht haben. Dass das eine richtig richtig coole Idee ist. Ja. Verstehe ich nicht. Spielt der überhaupt Hay Day dann? Oder hat der einfach nur gesagt. Also der guckt so jemanden über die Schulter. Der das Spiel macht. Und der hat da was zu sagen. Und der sagt so. Ja. Wieso sehe ich denn nicht die Produkte? Wenn ich da drauf. Muss ich da drauf halten? Wäre doch viel cooler. Wenn er da einfach da stehen bleibt. Ja. Also sehr schon irgendwie cooler. Wenn man da auf die Community hört. Auf Leute die tatsächlich regelmäßig spielen. Muss man so gucken. Hier hat sich glaube ich auch jemand gewünscht. Dass das übersichtlicher ist. Und auch sortierter. Wo ich sagen kann. Ja. Ey. Das sind nicht so viele Karten. So viele unterschiedliche Karten. Dass man die nicht sortieren könnte. Warum macht ihr nicht sowas? Guck mal. Soll ich jetzt hier jedes Mal hier so. Könnte man in verschiedenen Kategorien. Könnte man. Zum Beispiel XP Münzen. Booster. Hier zum Beispiel diese. Maschinenbooster. Dass man so eine Kategorie. Also es soll einfach hier so. Fünf oder sechs Kategorien haben. Dann klickt man drauf. Dann hat man nur Maschinenbooster. Nur Booster für Schiffe. Und Angelbereich. Nur Wachstumsbooster. Guck mal. Das passt auch zum Angelbereich. Dann vielleicht Menschenbooster. Da wäre dann der bei. Der Tom. Und die Rose. Ja. Wisst ihr was ich meine? Oder Zeitbooster. Dass alle Zeitbooster. Irgendwie zusammen sind. Ja. Es ist nicht schwer. Und das wäre wirklich. Also. Ich wäre nicht der Einzige. Der so viele. Guck mal. Ich habe 161 gekaufte. Und 163 im Lager. Junge. 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 Das sind ganz schön viele. Ja. Die hätte ich schon ganz gern sortiert. Linus. Ist am Start. Linus. Linus hat mir geholfen. Sehr gut. Dankeschön Linus. Oh. Guck mal hier. Das war bestimmt auch der Linus. Zack. 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 So komm. Dann tue ich was in die Zeitung. Dann. Haben sich Leute gewünscht. Das ist auch hier. Das sieht ja schlimm aus. Und dieses Glänzende. Immer oben in der Ecke. Moment. Seht ihr das? Hier. Das. 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 Da eigentlich auch. Immer so die Ecken. Die Kanten. Wer braucht. Wer will das? Warum? Wieso? Anbieten in der Zeitung. Dann hat sich einer beschwert. Hat gesagt. Kann man ja nicht mal die Zeitung überarbeiten. Es ist ja wirklich so. Also du gehst auf die Zeitung. Und sagen wir mal. Ich will jetzt die Ringe haben. Gut. Jetzt sind sie tatsächlich da. Aber sind halt ganz oft nicht da. Ein Booster. Ja gut. Der geht ja jetzt eh nicht in die Dings. Ja. Den kann ich ja nur wegschmeißen. Ist auch ein bisschen doof. So. Ah. Das ist. Ja. Was soll ich sagen. Von 99. 99. Ich habe gestern gelesen. Da haben viele gemeckert. Da haben wirklich viele. Da haben so viele Leute gemeckert. Die haben gesagt. Nein. Dieses Update. Bitte nicht. Also die waren da auch. Die waren da auch ein bisschen. Komm. Wir können mal gucken. Ich habe irgendwie so eine Vermutung. Dass da wieder die neuen Dekos irgendwie zu finden sind. Ah ne. Da wollte ich gar nicht gucken. Ich wollte da gucken. Genau. Es ist auch neu hier. Und auch wieder. Guckt mal. Da glänzt es. Da glänzt es. Da glänzt es. Da glänzt es. Überall ist es am glänzen. Ja. Weiß ich nicht. Wer das schön findet. Das schön ist. Ja. Man kann das schön finden. Vielleicht. Alter Schwede. Wo sind denn die Vögel her? Sind die neu? Ne. Sind alte Vögel. Da sind ja überall diese Vögel. Ich wollte jetzt eigentlich mal gucken. Ob hier irgendwo. Neue Dekos sind. Und da hat einer geschrieben. Ja. Diese ganzen Klorollen. Wie soll man die kriegen? Also. Jetzt zum Beispiel. Es gibt genug Leute. Das habe ich nämlich gesehen. Jetzt habe ich ganz vergessen. Guckt euch das mal an. Fünf Klorollen. 20% reduziert. 519 Diamanten. Jetzt gucken wir mal. 570 sind. Also sagen wir mal 20 Euro. Wir sind gnädig. 20 Euro. Und dann gibt es bestimmt Leute. Die gehen da hin. Ah. Jetzt kann ich nicht gucken. Da gibt es bestimmt Leute. Die gehen da hin. So. Hier 16. Also mal 3. Sind halt 60. 60 Euro. So. Dann hier. Mal 3. Sind 60 Euro. Dann hier. Auch mal 3. Mal 3. Mal 3. Also kann man sagen. Jedes Feld. Mal. 60 Euro. Sind 32 neue Felder. Wow. Was soll ich sagen. Ja das sind schon so ein paar Euro, die man ausgeben kann auf jeden Fall. Das sind schon ein paar Euro, die man ausgeben kann. Ich weiß nicht wie oft man diese Pakete kaufen kann. Kann man die unendlich kaufen? Kann man die unendlich kaufen? Oder kann man nur einmal diese 5 und 3. Das muss man sich mal überlegen. Das ist schon ein knackiger Preis. Wow. Das ist ein knackiger Preis. 60 Euro für so ein Feld. Ja aber das ist die Kohle, die sie dann damit machen mit dem Update. Darauf spekulieren die. Passend zum Update. Willst du die neuen Felder. Hier. Das will ich. Passend zum Update. Ja. Bam. Und passend zum Update auch hier die passenden Tools. Die braucht man ja auch noch. Könnte man jetzt auch ausrechnen. 48. 2,50 Euro. Für 5 Stück. Meine Güte. Meine Güte. Also da kann man sich das so zusammenrechnen. Da wird es bestimmt Leute geben, die da fleißig einkaufen. Und dadurch wird es wahrscheinlich richtig Kohle geben. Ja. Ja. Was soll ich sagen. That is it. Das ist das Update. Ein bisschen schade. So wir haben heute. Wann fängt das Derby? Oh es hat angefangen. Ey ich gucke einfach nicht rein. Was nehme ich denn? Es ist nichts mehr da. Komm das könnt ihr doch löschen oder? 22 Mal. Und hier drei Dings. Nein. Könnt ihr mindestens. Mindestens zwei löschen. Lasst da einen stehen. Ist okay. Was haben die anderen denn genommen? Okay. 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 Das sind auch nicht so die tollen Aufgaben. Nehmen wir halt das. Weil ich habe heute eh nicht so viel Zeit zum Spielen. Aber ab und zu werde ich reingucken können. Und so ein Schiff. Das dauert ja auch bis es wieder da ist. Das passt dann. Kann man so eine Schiffsaufgabe machen. Wenn man weiß. Man kann nicht so oft reingucken. Und wenn man reingucken kann. Dann nur kurz. Dann kann man so eine Schiffsaufgabe machen. Definitiv. Das ist. Ey. Jetzt habe ich das in die Zeitung gesetzt. Und keiner hilft mir hier. Warum hat denn keiner diese doofen. Wo macht man die denn überhaupt? Es gibt so viele Produkte. Ich weiß überhaupt nicht. Wo man die macht. Also jetzt mal wirklich. Ich weiß wirklich nicht. Wo man die macht. Ich muss mal gerade gucken. Gibt es da diese Maschine. Diese Donutmaschine. Alter Schiff. Ich weiß es echt nicht. Ja. Auf der einen Seite natürlich ein bisschen peinlich. Auf der anderen Seite. Habt ihr wirklich auch alles noch im Blick? War das bei der Donutmaschine? Ich muss ja mal gucken. Ja. War aber. Ja. Okay. Aber habe ich nicht. Guck mal. Ich muss. Davon ein bisschen was machen. So. Ja. Es ist. Es ist wie es ist mittlerweile. Guck mal hier. Bam bam. Zack. Erste Schiff. Fertig. Und weg. Drei Schiffe bleiben. Das hole ich jetzt. Bam bam. Guck mal hier. Die habe ich auch super schnell fertig. Lasagne. Weiß ich nicht. Könnte sein. Könnte sein. Muss ich gucken. Muss ich gucken. Aber wahrscheinlich auch. Komm. Oh. Äh. Ja. Es ist für Kinder gemacht. Muss ich mal überlegen. Die haben. Die sind groß geworden. Mit einem. Ich sag jetzt einfach mal. Erwachsenenlayout. Die. Die Erwachsenenspieler. Haben dieses Spiel. Finanziert. Auch. Ne. Und. Nach elf Jahren. Nachdem dann. Die Erwachsenenspieler. Das Spiel. Zu dem gemacht haben. Was es jetzt ist. Ja. Macht man es auf einmal für Kinder. Okay. Waren das die. Die ich brauche. Ja. So muss man nicht verstehen. Schuster. Bleib bei deinen Leisten. Kennt ihr den Spruch? So weiß ich nicht. Warum die jetzt auf einmal. Ja. Wen spricht das an? Also wie. Dieses. Dieses Design. Wie alt? Sechsjährige oder was? Ich weiß es nicht. Vielleicht auch. Zehnjährige. Ja. Könnte sein. Weiß ich nicht. Und. Auch. Auch. Dass man sich jetzt mehr Trailer angucken kann. Spricht dafür. Für ein junges Publikum. Denn. Diamanten kaufen und so. Das sind die Erwachsenen. Die Älteren. Aber Trailer gucken. Sind halt. Die Jüngeren. Ne. Also die Erwachsenen. Die kaufen sich einfach Diamanten. Bam bam. Ne. So. So wie ich halt. Viele meiner Zuschauer. Und. Die Kids. Die gucken sich halt Trailer an. Und irgendwie sieht es so aus. Als wenn man das hier ummodelt. So weniger. Dass man sich über die Diamanten finanziert. Sondern mehr. Über die Werbepartner. Ja. Schrecklich. Schrecklich. Wirklich. Schrecklich. 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 Guck mal. Ich habe das alles. Warum gibt es jetzt hier nicht wieder einen. Ja. Ein Puzzleteil. Guck mal. Das ist auch so krass. Seht ihr das hier? Das ist auch so krass. So HD Filter drüber gehauen. Alles glänzender. Rausstechender. Das haben die halt bei Township auch gemacht. Vor kurzem. Vor ein paar Monaten. Und da. Wisst ihr ja. Ein paar wissen wie ich da reagiert habe. Da habe ich tatsächlich aufgehört. Das Spiel. Auf dem einen Kanal zu bringen. Habe es jetzt mittlerweile wieder angefangen. Aber. Es schreckt so unnormal. Erst mal ab. Das ist nicht normal. Moment. Hallo. Ich will doch hier was machen. 25. Ja. Jetzt will ich. 2. 1. 2. Kann ich machen. Man muss. Ah. Man muss da jetzt so oft drauf tippen. Es stört. Okay. Genug gemeckert. War schon wieder so ein bisschen Meckervideo. Trotzdem. Danke an alle. Die auf einmal. Wieder hier. Hingefunden haben. Auch gucken. Die letzten 2 Videos sind wirklich. Für meinen Kanal. Gut rumgegangen. Vielleicht kann man sich wieder eine Community aufbauen. Wäre ganz cool. So wie in alten. Frühen. Heyday. Enten Zeiten. Ja. Da waren wir schon eine ganz krasse. Entenarmee. Ne. Wir waren ja. Größte. YouTube Kanal. Mal. Vor Jahren. Bis alles anders geworden ist. Ja. Die Enten waren überall. Überall waren die Enten. Ja. Vielleicht wird es irgendwann mal wieder so. Wer weiß schon. Wer weiß. Hat die Zeit bringt. So. Ich mache den noch weg. Und dann bin ich. Dann bin ich weg. Guck mal hier. Das hier. So. Oh. Dankeschön. So. Warum kann das nicht so. Im. Also. Wenn ich dekorieren will. Ich suche was. Guck mal hier. Bam. 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 Superschnell. Alles gefunden. Ne. So. Dann gehe ich. In den Layout. Hier. Eigentlich dafür. Ja. Was dafür ist. Dass man. Schnell dekorieren kann. Soll einfacher hier sein. Und dann gehe ich hier rein. In Dekos. Und. Hilfe. Es ist schwerer. Ich finde nix. Ich finde nix. Warum. Warum ist das so. Also. Also es ist ja. Quatsch. Dann. Suche ich mir die Dekos. Lieber im normalen. Dings raus. Ganz ehrlich. Ja. Es ist ja. Also. Logik. Gleich null. So. Ich bin raus. Meine lieben Enten. Macht's gut. Gut. Frage.